Mein Name ist Markus Rehm. Ich komme aus Deutschland in Leverkusen. Ich betreibe Leichtathletik Weitsprung. Das erste Mal habe ich in London teilgenommen bei den Paralympicspielen. Da habe ich eine Goldmedaille und eine Bronzemedaille gewonnen. In Rio habe ich zweimal die Goldmedaille gewonnen. Ich habe einen Paralympischen Rekord aufgestellt. Seit 2009. Habe ich schon immer gemacht. Ich höre Musik. In die Luft. Freiheit. Wakeboarding und Snowboarden. Arigato. Sushi and Udon. Innovativ. Chance. Behinderung. Motiviert und ehrgeizig. Eine Goldmedaille gewinnen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.